halli hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu season of the fall immer noch mit der hoffnung dass ich es richtig ausspreche ach so mehr nicht okay gut macht dein zeichen das erkenne ich jetzt das ist auf jeden fall ein vogel und hirsch das dritte fragment das ist fast zu leicht der hüter des frühlings hat wohl nicht viel widerstand geleistet du hättest ihn früher sehen sollen immerzu wollte er spielen von wasserfall zu wasserfall hüpfen wir zwei haben uns gut verstanden aber heutzutage ist der ganz träge wie die anderen hüter es ist traurig aber so ist es nun mal so stark sie auch sind die hüter haben auch ihre schwächen ich frage mich wieso das ding will dass ich jetzt da hoch ach ja stimmt ja ach nein doch ah manchmal nennt man 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 So, jetzt machen wir erstmal Winter, dass ich da hoch kann. Frühling, damit das Wasser steigt und dann wieder Winter, damit ich da hoch kann. Mhm. Mhm. Winter, damit es klein wird, Frühling, damit es steigt und Winter wieder, damit ich da drauf kann. Ach, das war knapp. Lass, grab dich ein, wird ein Pilz. Ich muss hier rauf. Ich soll da rüber? Ja, das kann ich, dann muss ich erstmal weitergehen hier. Los, love. Nein, 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 love. Warte, 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 Ist ja echt schon witzig gemacht, ne. Aber es macht mich auf jeden Fall nicht so wütend wie hier. Wie hieß das? Ori and the Blind Forest? Boah. Das hat mich teilweise so wahnsinnig gemacht. Nein, fuck. Aber es ist nicht schlimm. Upsala. Mensch. Ich glaube, hier kommt gleich Wasser, ne. Genau, das war nämlich der Rückweg. Hast du etwa schon schlappe Pfoten, kleine Knosper? War nur ein Scherz. Na, jetzt kommt der Weg auch zu genau. Traber auf der Teile. Ratten auf, was es dir? Dieтрente ist schnell, oder? Je bin mir das zurückgezwungen an. was ich dich zerstört? Ahem. Ah, es Regen? Ah, der war links oben. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn mit ihm los? Glaubst du, ich habe ihm Angst gemacht? Keine Sorge, kleiner lärmender Fuchs. Du kannst bald dorthin zurück, wo du herkommst. Oh, ich finde ihn so putzig. Ey, mein Gott. Genau, hier müssen wir lang. Ein Baum soll sprießen. Hier sprießt kein Baum. Ah! Ja, verstehe. Ich verstehe. Bergkamm. Zack, zack, zack. Und jetzt zurück, genau. Drauf springen. Ich glaube, das muss ich noch mal machen. Ich glaube, das muss... Ach nee, das muss... Das muss brechen. Genau, das muss brechen. Also, Eis. Das muss berühre sein. Genau. Ich glaube Frühling muss ich da benutzen. Okay. ok der hat wohl nicht gereicht bisschen mehr anlauf der reichlich herbst oder ich weiß es gar nicht mehr die sommer nie weiter das ist das erst mal beiseite das ist bestimmt viel also ich kann mir vorstellen dass das alles für den rückweg ist deswegen mache ich mir da eigentlich nicht so große sorgen doch sollte ich na so was brauchen wir frühling einmal bitte tränen weinen und Upsala. Upsala. Dann ändert sich unser Leben für immer. Wir waren ein großartiges Team. Finde ich auch. Aber wer könnte denn der Sommer sein? Das ist ja jetzt geil. Wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Ah! Na, weiter, 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 weiter Na, 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 na Ich weiß zwar nicht, wie das jetzt weitergehen soll Aber wenn ich jetzt bälle Ja, na, 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 na Was machst du denn im Frühling? Ja, na, 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 na Haha! Okay Los, weiter, 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 weiter jetzt ist das ding kaputt Laubwerk. Passt ja jetzt gerade irgendwie. Glühwürmchen habe ich ja schon zwei interessant jetzt habe ich das gefühl dass hier auch einer sitzt okay hier runter da hoch das andere meine güte boah okay hier ist jetzt empty da geht es nach oben zack runter mit dir genau weiter 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 ich wusste doch dass da einer ist viele man wohl finden muss jetzt sind wir wieder draußen ich habe jetzt genau hier habe ich so ein zauber ding da gehe ich gleich gucken ich gehe erst mal hier weiter sind hier oben eigentlich welche hier kann ich überhaupt nichts mehr tun nur der gipfel hier sind keine käfer naja gut zu wissen ich glaube ein nur noch bleibt ja nicht mehr viel übrig jawohl oder ich habe jetzt vier hier sind doch wahrscheinlich fünf wie viel definitiv einer ne ich springe nicht da ist auch nichts da ist auch nichts Da ist noch einer! Fünf müsste ich jetzt haben. Dann fehlen mir sechs, also müssen wir noch einen finden. Könnte ja passen. Das war der sechste. Die haben das Bild gemalt. Ich dachte, die öffnen da jetzt irgendwie so ein Tor und scheiße. Ich dachte echt, die öffnen da jetzt so ein Tor. Ach mein Gott, was ist denn los mit mir? Da bin ich ja jetzt gerade lang. Ich denke, die öffnen. Ich denke, die öffnen. Ich denke, die öffnen. Muss ich vielleicht hier runter und erst die Insekten einsammeln? Oder? Ah ja, mhm. Ach nee, jetzt auch nicht, das ist der Sommer. Tatsache, wie geil ist das denn? Tatsache, wie geil ist das denn? Ich denke, die öffnen. Freut sich hier erstmal ein Ast ab, der Fuchs so. Niu, niu, niu. Hm. Den Pfoten immer aufstapfen. Ach mein Gott, dann ist das Spiel ja jetzt schon vorbei. Man will ja nicht, dass es endet, ne? So, mach mal Sommer. Huh? Umm. Ach nein, 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 nein! Ah! Jetzt kann ich hier auf den Baum hoch, klar. Das ist es! Du hast das letzte Fragment. Das heißt, dass wir endlich mit dem Ritual beginnen können. Oh, schnell! Lauf, lauf! Ich kann es kaum erwarten. Ich weiß nicht, was das ist. Die ist einfach wesentlich schneller, als sind wir natürlich jetzt. Nee, lässt das jetzt wieder sinken, ne? Genau. Ich wollte gerade sagen, wir können auch hier unten durch, ne? Wir müssen nicht unbedingt da oben lang. Weißt du, kleine Knospe, du und ich, wir sind uns sehr ähnlich. Ähnlicher, als du dir vorstellen kannst. Nicht jeder kann am Ritual der Jahreszeiten teilnehmen. Juhu! Oh nein, scheiße. Ach man, nochmal. Nicht mehr. Zack. Tittittittittittittittittittitt. Jappa. Ich kann es nicht mehr erwarten. Beeil dich und komm zurück. Keep cool, Mehl. Keep cool. Ich komm ja schon. Habe ich jetzt den Sommer verloren? Jo, Tatsache. Habe ich jetzt den Sommer verloren? Oh Mann. Ich bin ja geil. Ich bin auf dem Weg, nur irgendwie trabt er gerade so. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Aber was ist denn jetzt los? Ich kann euch nicht mehr voneinander trennen. Dieser Fuchs hat schon viel zu viel Zeit mit dir verbracht. Jurgen. Und dann nochmal. Na gut, sei es drum. Wenn er nicht gehen will, ist das sein Problem. Wir haben keine Zeit mehr für Ablenkungen. Solange die Fragmente vereint sind, sollte es funktionieren. Sagt gerade ein bisschen komisch aus. Sagt gerade ein bisschen komisch aus. Hat sich etwas geändert? Ich verstehe das nicht. Wieso bin ich noch hier eingeschlossen? Ich muss irgendwo einen Fehler begangen haben. Es liegt an diesem Fuchs, da bin ich mir sicher. Oder vielleicht liegt es auch an dir. Ich hätte es wissen müssen. Du steckst mit den Hütern unter einer Decke, was? Hä? Sie dürfen mich also im Stich lassen. Aber wenn ich beschließe zu gehen, haben sie was dagegen? Mir doch egal. Ich werde es bald mit einem neuen Ritual versuchen. Und zwar in besserer Gesellschaft. Verschwinde, kleine Knospe. Oder wer auch immer du bist. Na los, geh schon. Du hast mir nicht dem geringsten geholfen, sondern nur meine Zeit verschwendet. Ist der Fuchs jetzt tot? Oh mein Gott. Oh, und die Knospe macht sich Sorgen um ihn. Oh nein, wohin und hoch. Was? Was? Ah, und was nun? Was soll ich denn jetzt tun? Ich geh jetzt mal hier lang, ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh, wir sind beim Hüter. Direkt schon. Oh, es kommt. Oh. Aber dieser Geruch. Wer hat ein Tier in unseren Wald gelassen? Ein Fuchs? Ja, ich erinnere mich an einen Fuchs. Was könnte ein Fuchs hier wollen? Es ist ziemlich gefährlich für ein Tier wie ihn, in diesen Wald zu kommen. Und er wird es nicht leicht haben, hier etwas Essbares zu finden. Na gut, meine Lieben, aber ich muss Schluss machen und sage, ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Okay. 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 Okay.